Am Mittwochnachmittag erfolgte in Mittweida die Grundsteinlegung für den Neubau des bedreuten Servicewohnens der Arbeiterwohlfahrt Südsachsen GGMBH. Bei dem Festakt auf dem Baugelände an der Südstraße Weberstraße waren zahlreiche Gäste dabei, unter anderem Vertreter der Stadt und Mitarbeiter der AWO. Eine Zeitkapsel mit Erinnerungsstücken gefüllt, ließ Geschäftsführer André Aljoscha Steiner ins Fundament des Neubaus ein. Der Neubau soll im Sommer 2020 bezugsfertig sein und zukünftig den Namen der Begründerin der Arbeiterwohlfahrt Marie Juchatschhaus tragen. In dem Gebäude entstehen barrierefreie Appartements für Seniorinnen und Senioren, eine Tagespflege, zwei Arztpraxen und eine Praxis für medizinische Fußpflege.